Yo Leute, was geht auf euch? Yo, die LPs back in mir am neuen extravorganten Quick-Tip. Nämlich heute zeige ich euch mal, wie man in Fortnite einen Backflip ohne einen Mode zu verwenden macht. Das einzige, was man braucht, ist der Holz. Man baut sich hoch und dann schaut man nach unten, benutzt den Redeploy-Guider und dann hat man einen Backflip gemacht. Episch, oder? Könnte man vielleicht benutzen für einen Trickshot. Das geht auch ganz einfach mit diesem corrupted area Sprüngflächen Dings. Ich weiß auch nicht, wie das heißt. Nämlich, man geht drauf, man schaut nach unten und man macht einen Backflip. Ganz einfach. Yeah. So, das war es dann schon wieder mit diesem Quick-Tip. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt einen Daumen hoch, wenn ihr mehr von diesen unnötigen Tipps wissen wollt. Und ja, ciao. Leute, tschüss.